So, da geht er ran. So, gut. Oh, ein Traum. Hat sich ausgetelefoniert. Walz läuft ohne Handy auch für den neuen, den Rostocker Zimmermann Jonas. Nein! Auch das alles unnötiger Ballast auf Wanderschaft, findet Adrian. Der ist schon seit zweieinhalb Jahren unterwegs und zeigt Jonas, wie man den sogenannten Charlottenburger am besten packt. Denn das ist eine Wissenschaft. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Praktikin hat mir besser gefallen. Ich muss noch viel lernen. Zu seiner kleinen Schwester, zu seiner Familie, darf er die ersten drei Monate keinen Kontakt haben. Eine Regel bei den wandernden Gesellen. Bei aufkommendem Heimweh müssen dann lediglich ein paar Fotos reichen. Der Reiche lebt herrlich in seinem Palaste, der Arme erwärmlich in seinem Moraste. Ja, ja, nicht reich, du macht glücklich, Zufriedenheit macht reich. Ja, denn wir alle seins, Brüder, ja, denn wir alle seins reich. Das hast du so nie gemacht, ne? Toll. Nicht auf den Kopf! Erst mal durchatmen, erst mal durchatmen. Nun klopp da rein. Pass auf, da ist eine Nut im Brett, ne? Ja, ich weiß, wir fliegen hier. Von Wanderschaft nur mit Zunftzeichen im Ohr. So! Der hängt! Der hängt! Wir waren schon auf einer losgereif und ja, da ging es dann auch über das Ortsschild. Und Jonas war anzusehen, dass er eigentlich fast schon mitgegangen wäre am liebsten. Also, es ist schon, er wollte schon länger los und jetzt ist es endlich soweit. Das freut mich sehr für ihn. Trinken wir noch einen Lütten und dann gehen wir richtig los. Auf einen guten Lütten! Denn Prost, Kamerad! Die ersten Wochen wird ihn Adrian begleiten. Darum geht das Ganze. Dass ich ihm jetzt quasi das beibringe, wie er einen Schlafplatz findet, wenn er alleine ist. Wie er sich sein Bett macht in einem Park. Wie er mit Leuten umgeht, die er in einer Kneipe trifft oder auf der Straße. Wie er mit denen umgeht, was er denen erzählt, was er ihnen nicht erzählt. Am Stadtrand von Waren muss sich der 24-Jährige endgültig verabschieden. Alle! Hier ist noch platt. Wenn du nicht weißt, was du machen sollst, wirf die. Kann man halt noch ein kleines Handtuch für dich. Oh! Den mag ich jetzt besonders gern, oder was? Und der passt auf mich auf. Tschüss, Schwester. Mach's gut. Drei Jahre und ein Tag wird Jonas Pagen jetzt unterwegs sein, die Welt entdecken. Gut, ich komm. So, abfahrt jetzt hier. Nicht umdrehen, Jonas, nicht umdrehen! Vielen Dank. Vielen Dank.